Chris halb zwölf, heute mit Typisch Hund und Herrchen Hallo Kalle! Hallo Karl-Heinz! Komm! Komm! Sitz! Sitz! Sitz, hast du doch gehört, was der gesagt hat. Sitz! Ich muss mal kurz auf Toilette. Du Kalle, was ich dich noch fragen wollte. Aus! Leckerchen! Oh, cool, danke. Ja, Mandeln. Wäre auch sehr gesund. Ah, wo ist der Ball? Boah, Ball! Wenn das Herrchen mit Menschen wie mit seinem Hund redet. Weißt du was, Kalle? Mein Hund, ne? Der kennt eine Maus auf 50 Meter. Ja, ich auch. Der alte Aufreißer. Also ich habe ja mein Leben lang immer nur Rassehunde. Immer nur Rasse. Also reinrassige Hunde, da geht gar nichts drüber. Pures weißes Fell. Also reine Zucht. Innen wie außen ein reinrassiger Hund. Ich glaube, da kommt gar nichts drüber über reinrassige Hunde. Und Ihre? Der kackt und bellt wie Ihrer auch. Der reinrassige Züchter. Der reinrassige Züchter. Sie, sagen Sie mal. Ist das hier? Ist das Ihr Hund, dieser Kleine? Entschuldigung, Herr Hausmeister. Der Hund muss an die Leine. Das ist Vorschrift. Ah, okay. Alles klar. Dann nehme ich den an die Leine. Der pöbelnde Nachbar. Hallo, ich komme vom Blatt der Heiligen Pizza. Ich habe heute schon die Bibel gelesen. Für einen Euro sind sie dabei. Oh mein Gott, das ist ja ne Süße. Was bist du denn für ein Babychen? Ja, was bist du denn? Du gleich ne Mannchen. Darf ich die mal halten? Hallo. Du bist ja ne Süße. Ich hole das Geld gerade für. Dankeschön. Der geht Geld holen. Na, da kommst du mal mit der Mama. Ich komme, du Süße. So, das wäre dann... So was. Der Hundeentführer. Snoopy, guck hier. Snoopy, guck. Zu. Snoopy, Snoop. Zu. Hallo, ist das Ihre? Ja. Hallo Snoopy. Du hast aber was Feines, was ganz Feines gefunden. Braver Hund. Freut mich Sie kennenzulernen. Hallo. Ist mein Suchhund. Hol das Bällchen. Äh, ne. Bring die Bitch. Hat euch das Video gefallen? Gebt jetzt einen Daumen nach oben. Und hier, checkt auf jeden Fall Kalles und Snoopys Kanal. Jaaa. Bis nächstes Mal. Do.